...zum einweichen, reinweichen und nachweichen und Push-Spül am Rot zum Zwischenspülen, Reinspülen und Nachspülen. Ach, also einfach mit Push-Softil vorspülen und nach dem Reinweichen vorweichen oder erst vorweichen und dann mit Spalomid nachpushen? Natürlich, du kannst auch gleich mit Push-Reinspülen oder Spülomat nachspülen. Also nicht erst vorspielen, dann reinpushen und nachspülen. Ich sagte dir ja, du kannst mit dem Pilomat reinspielen oder ohne Softil Zwischenpushen. Wunderbar, dann brauche ich ja nur... Ja, so einfach ist das Push für Frauen, die wissen, worauf es ankommt.